Hallo und willkommen zum heutigen DeineCraft mit dem Donner, dem Stefan und dem Max da oben. Hallo. 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 So. Ja, bei mir kam halt in den letzten zwei Tagen kein Video, weil ich hatte vorgestern mich Halsschmerzen. Da konnte ich nicht wirklich gut reden. Und gestern ging es mir auch noch nicht so gut. Aber heute habe ich mich in der Lage gefühlt. 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 Ja, genau. Du bist deutsch. Wieder mal ein Video aufzunehmen. Und ja, das war es jetzt halt für zwei Tage, war kein Video. Ja, bei mir auch nicht, weil den ersten Tag habe ich verballert mit Videos und den zweiten Tag habe ich für die, die es mitbekommen, gestern, für euch jetzt vorgestern, haben wir ja gestreamt von hier. Da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Könnt ihr ja mal schauen unten. Twitch ist der Link. Das ist alles aufgezeichnet. Waren, glaube ich, knapp zwei Stunden oder so. Ja, fast. Gut, und jetzt heute wieder DeineCraft und morgen DeineCraft und Space Astronomy. Ich kann das, ich tue. Gut. Wie gesagt, wir haben ja das GS gekauft und wollten uns eigentlich rein theoretisch, dass wir drüben noch mitkaufen. Dann haben wir aber nicht genug Geld dafür gehabt und heute morgen, als wir gekommen sind, war das leider weg. Weg. War das leider weg. Genau. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir uns das irgendwie wieder verkaufen und uns entweder irgendwie zwei andere kaufen oder vielleicht holen wir uns auch was in der Vorstadt. Das wissen wir noch nicht genau. Ja, müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt. Könntest du ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Das könnt ihr mal mitentscheiden, ob wir da was in der Vorstadt kaufen sollen und dann halt ein Vorstadthäuschen bauen. Ne, nicht Vorstadt, sondern in der Altstadt. Und so ein Altstadthäuschen bauen sollten und da vielleicht dann irgendwann unten auch mal einen Shop oder sowas reinbauen. Ja. Soll man hier was in der Vorstadt bauen? Das Ding ist halt, wenn wir hier in der Vorstadt sind, können wir halt ganz gut so Bäume und so farmen und so Zeug. Und Max kann halt auch schon fischen. Leu. Dafür können wir halt in der Vorstadt nicht wirklich guten Shop machen, weil die Einzigen, die hier vorbeikommen, sind ein paar Nachbarn. Das heißt, es sind wirklich nicht viele Leute, die hier vorbeikommen. Die Frage ist halt, bringt es wirklich so viel in der Altstadt jetzt ein Grundstück zu bauen, eine Shop-Lizenz zu holen, ob das wirklich dann, ob sich das wirklich, ja, lohnt, das Grundstück in der Altstadt zu holen. Das frage ich mich noch. Also ich glaube, auf jeden Fall eine Shop-Lizenz ist auf jeden Fall schon... Ja, nicht schlecht ist es auf jeden Fall. Nicht schlecht. Weil ich meine, selbst wenn wir hier was holen, können wir trotzdem die Shop-Lizenz holen und hier dann den Straßenverkauf machen. Vorüber gehen oder so, wenn wir uns dafür entscheiden. Ja, könnte man machen, ja. Aber, wir haben ja auch noch was anderes zu zeigen und da laufen wir jetzt einfach mal hin, würde ich sagen, oder? Äh, ja, würde ich sagen, genau. Ähm... Das, das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd. Also in die Vorstadt gehören meines Erachtens einfach keine Hochhäuser. So Mini-Häuser. Ja, also jetzt irgendwelche Hochhäuser oder sowas, das gehört eher in die... In die Skyline oder so. In die Skyline oder so. Das ist so ein kleines Haus. Ja, das ist eher wie wir Schrebergarten. In der Vorstadt ist es halt so irgendwie, dass irgendwie so kleine Häuser sind. Das sind nicht mehr so Wohnblocks oder so. Richtig große. Die sind da auch noch nicht, sondern da sind so kleine Familienhäuser so, ne? Genau. Und wenn man hier jetzt so ein Hochhaus im Ort, dann passt es irgendwie nicht so ganz. Ich mein, modernes Haus passt, aber es sollte jetzt nicht irgendwie so ein Hochhaus sein, das aussieht wie so ein Wolkenkratzer. Dafür gibt es Skyline. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann sollte man nicht bauen. Sowas in der Art halt. Ja, ja, genau. Dann kann ich euch auch noch irgendwo anders was zeigen dann. Wir hatten vorgestern, wir hatten vorgestern, ähm, gesehen, dass dieser Schrebergarten hier ausläuft. Wir standen dann mit relativ vielen Leuten hier drumherum, weil alle wollten diesen Schrebergarten haben. Und dann haben wir halt ganz oft rechtsklick gespammt, bis wir dann den... Dornen, du jetzt aber bitte nicht. Bis wir den dann hatten und als dann alle weggegangen sind und wir gesehen haben, dass wir ihn haben, haben wir dann gesehen, dass das Ding schon bis zum vierten, dritten gemietet ist. Dornen war dann nach Pleite. Das waren ungefähr 4.000 Deinmark, die wir da verschwendet haben. Genau, also kostet ja die Woche, kostet 500 Deinmark. Wie kann ich das ja bauen? Wir haben jetzt einen Schrebergarten, also das Holz ist jetzt so gut wie fertig. Wir haben jetzt hier im Schreber... Ja, ich muss sagen, der Schrebergarten ist jetzt nur mal so... Oben ist das Haus fertig, aber hier unten ist halt alles noch so... Ja, ist noch nicht so richtig. Also wir haben hier unten schon einen richtigen Farmbereich, wir haben hier unten schon Kartoffeln. Genau. Also wenn ihr da Interesse habt, wir verkaufen schon richtig krass Kartoffeln, also wir werden auch Obst- und Gemüsehändler. Genau, ich sage mal so, für unsere Abonnenten, wenn ihr sagt, wenn ihr uns so schreibt... Wir kennen euch, dann geben wir euch einen Steckartoffeln um wie viel? Was sagen wir? Ja, um 10. Also wenn ihr euch... Wenn ihr sagt, dass ihr Abonnenten von uns seid, dann geben wir euch einen Steckartoffeln um 10. Wir haben das sehr fair oder viel. Weil ich meine, ihr schaut ja unsere Videos und wenn ihr auch hier drauf spielen und essen wollt, dann... Da kommt gerade einer vorbei. Bekommt ihr das auch so billig? Normaler Preis ist bei uns 15. Genau. Also ich mache jetzt, wenn ich jetzt große Stecks verkaufe, zwar auch ein bisschen günstiger, aber auch dann ist das günstigste 12 Mark pro Steck. Genau. Und wenn ihr euch jetzt dann darauf beruft, dass ihr... Oder beziehungsweise wenn ihr das gesehen habt, dann... Und ihr sagt, ihr seid Abonnenten von uns und wollt gerne Kartoffeln haben, dann verkaufen wir euch die für das Steck um 10. Also das ist, denke ich, ein fairer Deal, ja. Ich meine, verstanden nicht, weil ansonsten würde ja jeder ankommen und... Produktionskosten und sowas. Genau, das auch. Produktionskosten. Ja. Aber ich meine, es lohnt sich wahrscheinlich immer mal bei uns so weit zu schauen und mal zu sagen, hey, hier, ich kenne dich und hin und her. Hat mir heute schon ein paar Leute. Und... Ja, dann hoffe ich mal, dass wir dann eventuell vielleicht auch demnächst mal den... Den Status endlich mal von da ran kriegen, weil ich meine, verdient hätte man ja. Weil ich meine, wenn ich mir überlege... Ja, ich will jetzt gar keinen ansprechen, da... Tust du doch hier gleich. Nein, mach ich nicht. Der dritte von oben links. Naja. Sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Im Vergleich dazu, wie viel in der Größe von Chris und den YouTubern hier drauf müsste er eigentlich direkt YouTuber bekommen. Bist du eigentlich gerade gesprengt worden? Nö, warum? Weil ich habe gerade über das Explodieren hören. Nö, nö, das war vorher schon. Nö, ähm... Aber wie gesagt, äh... Ihr könnt das ja auf jeden Fall mal mitentscheiden, ob wir in der Vorstadt bleiben sollten. Oder ob wir eventuell doch in die Altstadt ziehen sollen. Also das Geld für ein Grundstück in der Vorstadt hätten wir jetzt mittlerweile. Das ist halt jetzt nur die Frage, ob wir jetzt wirklich in der Vorstadt bleiben und uns dann wirklich eventuell vielleicht hier was kaufen. Also, um es kurz zu sagen, es kostet beides ungefähr gleich viel. Also der Unterschied ist nicht relevant. Ne, der Unterschied selbst ist nicht relevant. Also das liegt eigentlich rein an euch. Ihr könnt das gerne entscheiden. Müsst dann sag ich bloß Altstadt oder Vorstadt reinschreiben. Natürlich wäre ich eher derzeit für die Vorstadt. Weil... Derzeit sind wir halt noch ein bisschen im Aufbau. Wir sind halt noch nicht so Bonzen, die schon ziemlich viel Geld haben. Genau. Oh, ja. Ich ehemal. Und, ähm, du wolltest noch was zeigen, ne? Irgendwie in Aztego oder irgendwie sowas? Ja, genau. Und zwar wie wir es hier schon sehen, dass die Leute halt hier Hochreise bauen. Es zerstört halt irgendwie so das Stadtbild, ne? Ja. Hier ist halt Vorstadt. Eigentlich ist das Prinzip Dinecraft ganz gut gelöst. Aber halt die Umsetzung von den Spielern hier drauf ist nicht so gut. Weil wenn hier halt Vorstadt ist. Ich mein, wir haben auch noch kein Haus. Ich weiß. Aber wenn wir hier ein Haus bauen würden, würden wir ein Vorstadthaus bauen. Ist ja klar. Aber... Wenn halt hier eine Vorstadt ist und dann hier irgendjemand Wolltenkratzer reinbaut und ein anderer wieder am Bauernhof und so. Dann passt das Ganze halt nicht. Dann ist das halt... Warum macht man dann überhaupt, ähm, verschiedene Teile von Städten? Ja. Dann könnte man einfach Gäse hin platzieren und dann hat man halt wieder das 0815 Design. Aber eigentlich. Und dazu kann ich auch noch ein ganz gutes Beispiel zeigen, wenn ihr mal alle zu spawnen kommt. Ey wir brauchen 33.000. Ja komm, man soll ich spawnen. Wir brauchen 33.000. Was? Dann können wir alle vier kaufen. Ja, okay. Dann können wir ein großes... Ja, okay. Aber... Also was bringt's dann? Dann können wir ein großes Eckhaus bauen und dann haben wir einen geilen Garten. Ja, okay. Das Haus würde ich auf zwei bringen. So, jetzt geht mal bitte... Geben wir mal nach. Und endlich können wir umspringen wie so Mongos, weil wir können eh essen ohne Ende. Genau. Wir haben... Wir haben ziemlich viele Melonen, deswegen essen wir die ja auch die ganze Zeit. Jetzt muss ich mal schauen wo das ist. Mhm. Wo das Portal hier ist. Ich glaub das hieß Aztek oder so. Ne Takataku, oder? Müsste das eigentlich sein. Ich hoffe mal. Und? Ja, das ist es. Takataku. Takataku. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter laufen. Ich mein das ist halt jetzt so Dschungel, ne? Das heißt es sollte so Dschungel mäßig erbaut sein. Hm. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das sieht schon ganz gut aus. Das passt irgendwie in den Dschungel rein. Wenn nicht, das passt. Ja. Vielleicht sollte er vielleicht noch das Holz hier weg machen. Ähm. Aber wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter gehen. Ich hab da letztens was gesehen. Warte mal. Müssen wir mal ein bisschen laufen. Oh, zum Baumhaus. Wir laufen hier ja schon hinterher alles von daher. Das Baumhaus ist eigentlich nicht. Muss ich sagen. Machen wir super Fälle an. Mhm. Ich brauch so ein Scheißstepping. Aber wenn wir hier zum Beispiel dann. Hier hinten zum Beispiel hingehen. Dann das Haus hier zum Beispiel. Das sieht eher aus wie so ein Mittelalterhaus. Sieht eher so eine mittelalterliche Mühle aus. Genau das ist so eine mittelalterliche Mühle. Oder das hier. Weizen. Warum baut man denn den Dschungel Weizen an? Das ist eigentlich das, was man nicht machen sollte. So. Oder hier hinten. Das ist einfach so ein. Nur aus Steinen. Viele bauen einfach nur drauf los. Ohne Thema. Genau. Ich mein. Für was baue ich mich in irgendein Gebiet. Wenn ich halt. Ähm. Ja. Irgendwie halt dann. Irgendwas baue. Ich mein. Es gibt ja bestimmte Vorstellungen. Was man bauen soll. Ja. Wenn man auch hier eingibt. Zum Beispiel. Äh. Slash Vorstadt. Der Nachbar würde da zum Bauernhof hinbauen. Der andere würde dann irgendwie ein Hochhaus hinbauen. Das würde einfach nicht passen. Deswegen gibt es ja auch eine Innenstadt und alles mögliche. Aber ich war ein bisschen ja jetzt hier im Dschungel ne. Aber irgendwie weit weg von den Häusern darf man irgendwas abbauen. Ich brauche eigentlich bloß einen scheiß Zeppling. Ja. Du kannst gar nichts abbauen. In der ganzen Welt hier nicht. Es gibt extra eine Farmwelt und extra diese Welt. Der hat einen Baumhaus gebaut. Ah ja stimmt. Ja. Ein Baumhaus passt irgendwie noch. Ja. Aber guck dir mal das Baumhaus mal an. Ja. Ich muss jetzt sagen. Null. Dahinter ist ja ne Deutschlandflagge dran. Ich mein. Wie schön das es ist. Das hängt halt immer davon ab. Ich mein. Jeder kann nicht gut bauen. Ich mein. Man sollte zumindest schauen dass man irgendwie baut. Nach dem. Nach dem. Ähm. Bereich wo man halt wohnt. Ich mein. Man kann sich das ja aussuchen. Ich mein. Wenn ihr ein Hochhaus bauen wollt. Müsst ihr halt sparen. Und dann könnt ihr euch auch in Dings was kaufen. In. Highline. Wenn ich halt. Farben nur in Verbindung mit einem Haus. Sprich als Garten. Hehe. Easy. Also. Ich muss halt auch sagen. Vielleicht müssen da. Die Kunststücke sind aber hier auch klein ne. Ja. Die sind. Ich weiß nicht wie teuer. Aber auf jeden Fall. Muss ich auch hier mal. Irgendwie ein bisschen sagen. Dass die Mods. Oder. Das. Arbeitsamt. Aber da muss man durchgreifen. Die müssen hier mal ein bisschen härter durchgreifen. Finde ich weil. Ich mein zumindest den Leuten sagen. Ja. Baut da vielleicht mal was. Was ein bisschen besser hin passt. Oder so ne. Und. Und. Wenn sie dann nichts machen. Dann muss man das auch vielleicht mal ein bisschen. Verändern ja. Ja. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Ja halt jetzt so meine Ideen. Vor allen Dingen. Im begriffen. Alles klar. Das heißt in begriffen. Dankeschön. Ja. Das war's eigentlich so zu dem Thema. Kann ich echt den ganzen Welten nichts abbauen? Nein. Du kannst überall nichts abbauen. Ich will den Dschungel haben. Ich will den Zipling haben. Ich will den Zipling haben. Dann müssten wir ja mal in die Farmwelt gehen. Und da vielleicht gleich mal suchen. Easy. Was ist hier unten? Aber ja. Ne Farm. Ich würde sagen. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt. Ja. Das ist das jetzt für die Folge war. Wenn es euch gefällt. Würden wir uns natürlich mal eine positive Wertung freuen. Schreibt uns in die Kommentare. Wo wir jetzt bauen sollen. Und begründet das Ganze vielleicht auch. Weil wenn ihr einfach nur schreibt Vorstadt. Ja. Das können wir uns auch denken. Vorstadt oder Altstadt. Die Frage ist halt. Was sind die Vorteile so. Vielleicht kennen ihr euch ein bisschen besser aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ab mal hauen. Ansonsten. Schaut bei den anderen auf jeden Fall vorbei. Genau. Links unten in der Videobeschreibung. Sonst sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.